Genau, und ich habe euch versprochen, es kommt noch ein weiteres Körperpflegeprodukt und das ist unsere Mint Plus Lotion. Auch die gab es schon mal in den letzten Jahren. Ich stelle mal bloß was weg. Und das ist auch ein cooles Produkt für den Sommer, denn die ist für die Beine gedacht. Bedeutet, durch den Minzextrakt, der enthalten ist, habt ihr einen kühlenden Effekt. Wenn ihr also total überhitzt seid im Sommer, wenn ihr wandern wart und schwere Beine habt, wenn ihr geradelt seid wie die Weltmeister, wenn ihr schwanger seid und, 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 generell zu schweren Beinen neigt, wenn ihr viel sitzt, wenn ihr viel steht, wenn ihr viel lauft, also generell irgendwie immer, ist das genau euer Produkt. Denn wie gesagt, durch diesen kühlenden Effekt werden die Beine leichter, man hat das Gefühl, die Durchblutung ist besser und ja, es fühlt sich einfach alles besser an. Ich habe sogar Kolleginnen, die haben die in ihrer Handtasche stecken, generell. Und nicht unbedingt nur, weil sie schwere Beine haben, sondern weil sie Migräne haben. Und da nutzen die nämlich diese Lotion, um die hier für ihr Schläfen zu nehmen, wenn gerade mal wieder so ein bisschen was Unangenehmes in Anmarsch ist. Und auch das soll wohl gut helfen. Ich kann zum Glück nicht mitreden, aber ich denke auch, das ist eine gute Variante. Und, kleiner Tipp am Rande, ihr könnt die zum Beispiel auch über eure Feinstrumpfhose auftragen. Das zieht durch das Gewebe und hat den gleichen Effekt. Also, mega cool. Und, kleiner Tipp am Rande.